Ekaterina Leonova trat mit ihrem Ex-Freund Paul Lorenz bei der Let's Dance Profit Challenge 2024 an, und es wurde richtig emotional. Doch wieso haben sich die beiden eigentlich getrennt? Ein spannenderes Match als Ekaterina Leonova und Paul Lorenz hätte man sich für die Let's Dance Profit Challenge 2024 gar nicht wünschen können. Warum? Ganz einfach, weil der blonde Profitänzer Ekats Ex-Freund ist. Die Liebesbeziehung liegt bereits einige Jahre zurück, doch für die Abschlussshow der 17. Staffel durften die beiden noch einmal zusammen tanzen, eine große Herausforderung, wie in der Show schnell sichtbar wurde. Von 2008 bis 2014 waren die beiden professionell als Tanzpaar verbandelt und traten bei Standard- und Laternwettkämpfen an. Auch privat waren sie in dieser Zeit ein Liebespaar, wie lange sie im Zeitraum dieser 16 Jahre liiert waren, ist allerdings nicht bekannt. Die Trennung liegt jedoch rund 10 Jahre zurück, wie Ekater nun noch einmal im Interview mit RTL erklärte. Ekaterina Leonova ist ihrem Ex-Freund Paul Lorenz wieder ganz nah, und das ist anstrengend. Heute ist Paul Lorenz verheiratet, hat mit seiner Frau ein gemeinsames Kind. Ekaterina Leonova wiederum hatte in den letzten Jahren nicht allzu viel Glück mit der Liebe. Punkt. Nachdem die, angebliche, Liebe zu ihrem ehemaligen Letztenstanz-Partner Timon Krause nur wenige Monate nach der 16. Staffel der RTL-Show in die Brüche ging, ist sie heute offenbar Single. Ganz genau kann man es bei Ekaterina aber nie wissen, immerhin behält sie ihr Privatleben lieber für sich. Punkt. So kam die Sache mit Timon nur ans Licht, weil die beiden kuschelnd in Köln gesichtet wurden. Andere Paparazzi-Aufnahmen zeigten ihn beim Verlassen ihrer Wohnung. Ekaterina und Paul belegen Platz 3 bei der Profit-Challenge 2024. Ekaterina dürfte froh sein, dass sie nun mit Paul Lorenz vorlieb nehmen darf, denn mit ihrem Ex-Freund versteht sie sich heutzutage gut, auch, wenn er ihr nach eigenen Angaben gerade mächtig auf die Nerven geht. Punkt. An Trainingstag Nummer 3 der Profit-Challenge-Woche meldete sich die Tänzerin via Instagram bei ihren Fans und berichtete, das Training mit Paul sei sehr intensiv. Punkt. Mit ihrem Verflossenen sei es witzig und sehr emotional. Es ist interessant, so die Profit-Tänzerin vielsagend. Am Ende konnten sich die beiden Platz 3 sichern. Punkt. Paul Lorenz und Ekaterina Leonova. Was war der Trennungsgrund? Doch wieso haben sich Ekaterina Leonova und Paul Lorenz eigentlich getrennt? Erst als uns beim Dreh des Einspielers für die Show die Interview-Fragen, zur Trennung, gestellt wurden, haben wir gemerkt, dass jeder einen anderen Grund hatte und wir uns eigentlich gar nicht ausgesprochen haben, gibt Ekaterina im Hinblick auf die Profit-Challenge-Performance zu. Punkt. Erst jetzt hätten sie verstanden, was den jeweils anderen damals tatsächlich belastet und zur Trennung bewogen habe. Punkt. Es war sehr emotional und wir haben sogar geweint, aber ich glaube, es hat gut getan, so Leonova weiter. Getrennte Wege zu gehen, sei ihnen damals nicht leicht gefallen, doch man habe sich in Liebe getrennt. Punkt. Wir haben uns immer noch geliebt. Selbst heute sei dieses Gefühl noch da, allerdings von anderen, negativen Emotionen überlagert. 2020 sprach Ekaterina Leonova schon einmal offen über den Verlust ihrer ersten Liebe und verriet auch, was Paul mit der Sache zu tun hat. Punkt. Dabei reflektierte sie ihre Anfangszeit an der Universität zu Köln, wo sie zwischen 2010 und 2014 Betriebswirtschaftslehre studierte. Punkt. Ihren Master legte sie dann 2018 an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ab. Punkt. Mit dem neuen Studium öffneten für mich die Türe zu den neuen Fachkompetenzen, aber auch zu den neuen Bekanntschaften und den neuen Lebensseiten. Punkt. Die lieben Nachrichten von den Jungs, die süßen Blicksflitterreihen, die zahlreichen Dates-Vorschläge. Das alles war für mich neu, aber sehr interessant und spannend. Nun kam es nicht weiter. Punkt. Die Zeit war knapp, und mein Papa war hartnäckig. Ich durfte ohne Mama nicht aus dem Haus raus, begann vor rund vier Jahren einen Text auf Instagram, der ein wenig an einen Tagebuch-Eintrag erinnerte. Punkt. Die Zeit war knapp, und mein Papa war hartnäckig. Punkt. Die Zeit war knapp, und mein Papa war hartnäckig. Punkt. Die Zeit war knapp, und mein Papa war hartnäckig. Vielen Dank.